In einem kleinen Holzhäuschen, verborgen unter den riesigen Bäumen eines üppigen Waldes, erwachte Gertrud, die Igeldame, zu einem neuen Morgen. Sie streckte ihre kleinen Glieder und gähnte ausgiebig, während die ersten Sonnenstrahlen durch die Fensterscheiben fielen und die Staubteilchen in der Luft zum Tanzen brachten. Gertrud liebte ihr gemütliches Heim, umgeben von der Ruhe der Natur und den sanften Melodien der Vögel, doch heute fühlte sie sich anders, als ob ein unsichtbarer Faden sie zu einem unbekannten Abenteuer ziehen würde. Gertrud schlüpfte aus ihrem kleinen Bett, ließ ihre Füße den kühlen Holzboden berühren und trottete zur Tür. Dort, auf der Schwelle, lag ein seltsam geformtes Paket, eingewickelt in altes, verblassendes Papier. Ihre Namen standen in geschwungenen Lettern darauf, aber von wem, das war ein Rätsel. Mit zitternden Pfoten und einer Mischung aus Aufregung und Nervosität öffnete sie das Paket und fand darin ein uraltes Buch, dessen Seiten von Zeit und Geheimnissen gezeichnet waren. Das Buch, schwer und erwürdig, schien mit Gertrud zu sprechen, als sie vorsichtig die erste Seite umblätterte. Eine Karte des legendären Kristallberges entfaltete sich vor ihren Augen, ein Ort, den sie nur aus den Erzählungen der Ältesten kannte. Der Kristallberg, umhüllt von Geheimnissen und Wundern, war mehr als nur eine Legende, er war ein Ruf an diejenigen, die mutig genug waren, ihre Träume zu verfolgen. Überwältigt von einer Mischung aus Ehrfurcht und Entschlossenheit, wusste Gertrud, dass dies der Beginn eines großen Abenteuers sein musste. Doch ein solches Unterfangen konnte sie nicht allein bestreiten. Sie dachte an ihre Freunde, den klugen Hasen Max, der für seine Schleue bekannt war, die weise Eule Elisa, deren Augen selbst in der dunkelsten Nacht sehen konnten, und den mutigen Frosch Felix, der nie zögerte, in unbekannte Gewässer zu springen. Nachdem sie sich hastig für den Tag fertig gemacht hatte, machte sich Gertrud auf den Weg, um ihre Freunde zu finden und ihnen von ihrer Entdeckung zu erzählen. Der Wald empfing sie mit offenen Armen, die Blätter raschelten unter ihren Füßen, als würde die Natur selbst sie auf ihrem Weg anfeuern. Als sie ihre Freunde schließlich fand und ihnen von dem geheimnisvollen Buch und der Karte zum Kristallberg erzählte, sah sie die gleiche Aufregung in ihren Augen, ein Spiegel ihrer eigenen Gefühle. Mit vereinten Kräften, verbunden durch die Bande tiefer Freundschaft und dem gemeinsamen Drang, das Unbekannte zu erkunden, kehrten sie zu Gertruds Holzhäuschen zurück. Dort, am alten Holztisch, breiteten sie die Karte aus und planten ihre Reise. Sie wussten, dass der Weg gefährlich sein könnte, voller Rätsel und Prüfungen, aber das Feuer der Abenteuerlust brannte hell in ihren Herzen. Als der Abend hereinbrach und die Sterne am Himmel erschienen, lagen Gertrud und ihre Freunde wach, erfüllt von Vorfreude und Hoffnung. Sie waren bereit, sich den Herausforderungen zu stellen, die vor ihnen lagen, bereit, in die Geheimnisse des Kristallberges einzutauchen und vielleicht, nur vielleicht, ihre Träume zu verwirklichen. Und so, mit dem Morgengrauen eines neuen Tages, begannen Gertrud und ihre Freunde ihre Reise, eine Reise, die nicht nur eine Suche nach dem geheimnisvollen Berg war, sondern auch eine Reise in ihre eigenen Herzen. Als die Morgensonne die Täler des Waldes mit goldenem Licht überflutete, waren Gertrud und ihre Freunde bereits auf den Beinen, erfüllt von einer Mischung aus Vorfreude und Nervosität. Heute war der Tag, an dem sie sich auf ihre Reise zum legendären Kristallberg machen würden, ein Ort, umgeben von Mysterien und alten Legenden. Doch bevor sie sich auf den Weg machten, gab es noch viel zu tun. Zuerst trafen sie sich in Gertruds gemütlichem Holzhäuschen, um ihre Pläne zu besprechen und letzte Vorbereitungen zu treffen. Jeder von ihnen hatte eine besondere Rolle zu spielen, Gertrud, die mutige Anführerin, Max, der kluge Stratege, Elisa, die weise Beraterin, und Felix, der mutige Entdecker. Sie teilten Proviant, Karten und Notwendigkeiten aus, wobei jeder darauf achtete, nicht mehr zu nehmen, als er tragen konnte. Während sie ihre Rucksäcke packten, erzählte Gertrud von der alten Prophezeiung, die sie im Buch gefunden hatte, einer Geschichte über den Kristallberg und die Mächte, die er verbarg. Sie sprach von alten Zivilisationen und verlorenen Schätzen, von Prüfungen, die ihre Freundschaft auf die Probe stellen würden, und von einer Belohnung, die weit über Gold und Edelsteine hinausging, die Weisheit und das Wissen der Alten. Die Freunde lauschten gebannt, ihre Augen leuchteten vor Aufregung und ein wenig Furcht. Aber die Angst wurde von ihrem Vertrauen zueinander und ihrem gemeinsamen Wunsch, das Unbekannte zu entdecken, überschattet. Sie wussten, dass die Reise gefährlich sein könnte, aber sie wussten auch, dass sie zusammen stärker waren. Nachdem die letzten Vorbereitungen getroffen waren, standen sie vor der Tür des Holzhäuschens, blickten in den dichten Wald, der sie zum Kristallberg führen würde, und fassten sich an den Händen. Sie schworen, egal was kommen mag, zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu unterstützen. Mit festen Schritten betraten sie den Wald, ihre Schatten verschmolzen mit dem Spiel aus Licht und Dunkelheit unter den alten Bäumen. Sie folgten der Karte, die Gertrud sorgfältig in einer Schutzhülle bei sich trug, und mit jedem Schritt wuchs ihr Gefühl der Einheit und Bestimmung. Die Reise zum Kristallberg war mehr als nur eine physische Reise, es war ein Weg des Wachstums, der Entdeckung und der Selbstfindung. Gertrud und ihre Freunde wussten, dass die Herausforderungen, die vor ihnen lagen, sie auf die Probe stellen würden, aber sie waren bereit, sich diesen zu stellen und darüber hinaus zu wachsen. Gertrud und ihre Freunde hatten bereits einige Tage ihrer Reise hinter sich gelassen und waren tiefer in den Wald vorgedrungen, als sie bisher je gewesen waren. Die Bäume standen hier so dicht, dass sie nur wenig Himmel zwischen den Blättern sehen konnten, und die Luft war erfüllt von den Gerüchen von Moos und wilden Blumen. An einem besonders klaren Morgen erreichten sie eine Lichtung, die so anders war als alles, was sie bisher gesehen hatten. Der Boden war übersät mit leuchtenden Blumen in allen Farben des Regenbogens, und in der Mitte sprudelte eine klare, lebendige Quelle. Aber das Ungewöhnlichste an diesem Ort war die Musik. Es war, als ob die Natur selbst ein Lied sang, eine sanfte, beruhigende Melodie, die von den Bäumen, dem Wasser und der Luft selbst zu kommen schien. Fasziniert von der Schönheit und der Ruhe des Ortes, beschlossen sie, eine Weile zu rasten. Während sie dort saßen, begannen sie, über das Lied der Natur nachzudenken. War es möglich, dass die Musik ihnen etwas mitteilen wollte? Mit diesem Gedanken begannen sie, aufmerksamer zu lauschen, zu versuchen, die Melodie nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem Herzen zu hören. Langsam begannen sie, ein Muster zu erkennen, eine Wiederholung in der Musik, die ihnen einen Hinweis zu geben schien. Es war, als ob jedes Element der Natur, jeder Baum, jeder Strauch und jede Blume, einen Teil eines viel größeren Puzzles darstellte. Inspiriert von diesem Gedanken, begannen sie, die Lichtung zu erkunden, wobei jeder der Freunde auf unterschiedliche Weise dazu beitrug. Max, mit seinem scharfen Verstand, begann die Muster in der Musik zu analysieren und fand heraus, dass sie einer bestimmten Sequenz folgten. Elisa, mit ihrer tiefen Weisheit, half ihnen, die Bedeutung hinter den Melodien zu verstehen, und lehrte sie, wie man die Klänge der Natur interpretiert. Felix, immer mutig, erkundete die entferntesten Ecken der Lichtung, auf der Suche nach der Quelle der Musik. Und Gertrud, mit ihrer tiefen Verbindung zur Natur, führte sie, indem sie ihre Intuition nutzte, um die Pfade zu finden, die sie verfolgen sollten. Nach Stunden des Suchens und Hörens, des Nachdenkens und Verstehens, fanden sie schließlich das Herz der Lichtung, einen uralten Baum, dessen Blätter in den Farben des Sonnenuntergangs schimmerten. Als sie sich ihm näherten, verstärkte sich die Musik, und sie erkannten, dass der Baum der Schlüssel zu dem Rätsel war, das die Natur ihnen vorgelegt hatte. Durch die Vereinigung ihrer Kräfte und ihrer Erkenntnisse gelang es ihnen, die Botschaft des Baumes zu entschlüsseln, eine Botschaft der Harmonie und des Gleichgewichts, eine Erinnerung daran, dass alles in der Natur miteinander verbunden ist. Überwältigt von dem, was sie gelernt hatten, verbrachten sie den Rest des Tages damit, über die Bedeutung ihrer Entdeckung nachzudenken und wie sie sie auf ihrer weiteren Reise nutzen könnten. Das Lied der Natur hatte sie gelehrt, tiefer zu hören, nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit dem Herzen. Und während sie sich zur Ruhe legten, unter dem Sternenhimmel, der jetzt durch die Zweige des Waldes sichtbar war, wussten sie, dass dieses Verständnis ein entscheidender Schlüssel für die Herausforderungen war, die noch vor ihnen lagen. Nachdem sie die Geheimnisse der Lichtung entschlüsselt hatten, setzten Gertrud und ihre Freunde ihre Reise durch den dichten, immer düsterer werdenden Wald fort. Die Sonne sank langsam unter den Horizont, und die Schatten wuchsen zu langen, gespenstischen Gestalten heran. Trotz der wachsenden Dunkelheit und der zunehmenden Kälte ließen sich unsere Helden nicht entmutigen, sie wussten, dass jede Herausforderung, der sie begegneten, sie nur näher an ihr Ziel bringen würde. Als die Nacht hereinbrach, wurde der Wald zu einem Labyrinth aus Schatten und flüsternden Winden. Die Dunkelheit war so dicht, dass sie kaum die Hand vor Augen sehen konnten. Gertrud, die ihre Angst spürte, aber auch ihre Verantwortung als Anführerin erkannte, ermutigte ihre Freunde, Mut zu fassen. Sie zündeten eine kleine Laterne an, deren sanftes Licht ihnen ein kleines Stückchen Sicherheit in der umgebenden Dunkelheit bot. Während sie vorsichtig ihren Weg fortsetzten, hörten sie plötzlich ein leises Wimmern. Sie folgten dem Geräusch und fanden einen jungen Wolf, der in einer versteckten Falle gefangen war. Der Wolf, erschöpft und ängstlich, blickte auf, als er die seltsame Gruppe von Rettern sah. Trotz der Furcht, die sie vor diesem wilden Tier hatten, spürten Gertrud und ihre Freunde sofort den Drang zu helfen. Max, mit seiner klugen Vorsicht, untersuchte die Falle, während Felix, ohne zu zögern, dem Wolf Wasser aus einer Blattmulde anbot. Elisa, mit ihrer beruhigenden Weisheit, flüsterte leise Worte, die den jungen Wolf beruhigten. Und Gertrud, mit einer Entschlossenheit, die ihr vorher selbst unbekannt war, arbeitete geduldig daran, die Falle zu öffnen und das Tier zu befreien. Als der Wolf schließlich frei war, leckte er dankbar ihre Hände, ein magischer Moment, der die unerwartete Verbindung zwischen ihnen besiegelte. Der junge Wolf, nun ein unerwarteter Gefährte, führte sie durch die dunkelsten Teile des Waldes, wo sie allein nie durchgekommen wären. Sie lernten, dass in der Dunkelheit nicht nur Gefahr, sondern auch Freundschaft und Hoffnung gefunden werden können. Diese Nacht lehrte Gertrud und ihre Freunde eine wertvolle Lektion, dass im Herzen der Dunkelheit Licht gefunden werden kann, wenn sie nur mutig genug sind, danach zu suchen. Sie lernten, über ihre Ängste hinauszuwachsen und das Unbekannte mit einem Gefühl der Hoffnung und des Mutes zu betrachten. Als der neue Tag anbrach und die ersten Strahlen der Sonne durch die Bäume brachen, fühlten sich Gertrud und ihre Freunde verändert. Sie hatten nicht nur die physischen Schatten der Nacht überwunden, sondern auch die Schatten in ihren Herzen. Mit einem neuen Verständnis für die Welt und füreinander setzten sie ihre Reise fort, bereit, sich den nächsten Herausforderungen zu stellen, die der Weg zum Kristallberg für sie bereit hielt. Nachdem sie das Geheimnis der Lichtung enthüllt hatten, setzten Gertrud und ihre Freunde ihre Reise fort, immer tiefer in das Herz des Waldes. Der Weg wurde schwieriger, die Pfade weniger klar, als sie sich dem legendären Nebeltal nährten, einem Ort, umhüllt von alten Mythen und umnebelt von Geheimnissen. Als sie das Tal betraten, fanden sie sich umgeben von einem dichten Nebel, der so dick war, dass er das Sonnenlicht schluckte und die Welt um sie herum in ein graues Zwielicht tauchte. Die Orientierung wurde zur Herausforderung, jeder Schritt fühlte sich an wie ein Sprung ins Ungewisse. Inmitten der Verwirrung und Unsicherheit erinnerten sie sich an die Lektionen, die sie in der Lichtung gelernt hatten, über die Einheit der Natur und die Kraft der Harmonie. Mit dieser Erkenntnis fanden sie neuen Mut und beschlossen, sich auf ihre Instinkte und ihre Bindung zueinander zu verlassen, um sich durch das Tal zu führen. Gertrud, mit ihrer tiefen Verbindung zur Natur, führte die Gruppe, indem sie den subtilen Veränderungen in der Umgebung lauschte. Max, mit seinem analytischen Geist, konzentrierte sich darauf, Muster im Nebel zu erkennen und ihre Bewegungen entsprechend anzupassen. Elisa nutzte ihre scharfen Augen, um durch den Nebel zu blicken und Hinweise auf ihren Pfad zu finden. Und Felix, dessen fröhliche Entschlossenheit nie schwand, hielt die Stimmung der Gruppe hoch, selbst wenn die Hoffnung zu schwinden drohte. Sie lernten, dass im Nebelteil nicht nur ihre Sicht, sondern auch ihre anderen Sinne getäuscht werden konnten. Geräusche waren verzerrt, Distanzen schwer einzuschätzen. Doch mit jedem Schritt wuchsen ihr Vertrauen und ihre Entschlossenheit. Sie erkannten, dass der Nebel nicht nur ein physisches Hindernis war, sondern auch eine Prüfung ihrer inneren Stärke und ihres Zusammenhalts. Langsam, Schritt für Schritt, begann der Nebel sich zu lichten und mit ihm auch ihre Zweifel und Ängste. Was einst undurchdringlich erschien, wurde klarer, und sie erkannten, dass sie, solange sie zusammenstanden, jeden Weg durchqueren konnten. Am Ende des Tals angekommen, blickten sie zurück auf den Weg, den sie gemeistert hatten, und vor sich auf die Wege, die noch zu gehen waren. Sie hatten nicht nur das Nebeltal durchquert, sondern auch die Nebel in ihren eigenen Herzen. Sie hatten gelernt, über ihre Unsicherheiten hinaus zu sehen und in sich selbst und in ihre Freunde zu vertrauen. Das Nebeltal, einst ein Ort der Furcht und der Verwirrung, wurde ein Symbol ihrer gewachsenen Stärke und Einheit. Mit neuem Selbstbewusstsein und einem tieferen Verständnis füreinander setzten sie ihre Reise fort, bereit, sich den nächsten Herausforderungen zu stellen, die der geheimnisvolle Kristallberg für sie bereithalten würde. Nachdem sie das Nebeltal erfolgreich hinter sich gelassen hatten, erreichten Gertrud und ihre Freunde eine neue Region des Waldes, die sich deutlich von allem unterschied, was sie bisher gesehen hatten. Der Boden stieg nun merklich an, die Bäume standen weiter auseinander, und die Luft war erfüllt von einer erwartungsvollen Stille. Sie hatten den Fuß des Kristallberges erreicht, ein Ort, der in den alten Legenden als Heimat des Bergwächters bekannt war, eines mächtigen Wesens, das den Zugang zum Gipfel und seinen Geheimnissen bewachte. Laut den Geschichten konnte nur derjenige, der die Prüfungen des Wächters bestand, den Weg zum Gipfel fortsetzen. Mit gemischten Gefühlen aus Respekt und Entschlossenheit näherten sie sich dem Eingang einer riesigen Höhle, die in den Berg führte. Vor dem Eingang stand eine massive Gestalt, deren Anblick allein schon Ehrfurcht einflößte. Der Wächter des Berges war weitaus größer und beeindruckender, als sie es sich je vorgestellt hatten. Gertrud trat mutig vor und sprach den Wächter an, erklärte ihre Mission und bat um Erlaubnis, den Berg zu besteigen. Der Wächter betrachtete sie lange, bevor er antwortete. Seine Stimme war tief und widerhallte in den Herzen der Freunde, als er erklärte, dass sie sich individuellen Prüfungen unterziehen müssten, um ihre Würdigkeit zu beweisen. Die Prüfungen waren zugeschnitten auf die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen. Max musste ein Labyrinth voller Rätsel lösen, das seinen scharfen Verstand auf die Probe stellte. Elisa wurde mit einer Aufgabe konfrontiert, die ihre Weisheit und ihr Verständnis der Natur forderte. Felix musste seine Furcht überwinden und eine physische Herausforderung bestehen, die seine Mut und Ausdauer testete. Und Gertrud selbst musste sich einer Prüfung der Führung und des Glaubens stellen, die sie dazu zwang, tief in sich selbst zu blicken. Mit jedem bestandenen Test wuchs die Bindung zwischen den Freunden stärker, und sie erkannten, dass jede Herausforderung sie näher an ihr wahres Selbst brachte. Als sie alle Prüfungen erfolgreich gemeistert hatten, nickte der Wächter zustimmend. Er sprach von ihrer Tapferkeit, ihrer Weisheit, ihrem Glauben und ihrer Freundschaft, die sie als würdig erwiesen hatten, den Berg zu besteigen. Der Wächter trat beiseite und öffnete den Weg zum Gipfel. Er warnte sie jedoch vor den weiteren Gefahren und den Geheimnissen, die noch vor ihnen lagen. Mit neu gewonnener Entschlossenheit und dem Wissen, dass sie gemeinsam jede Herausforderung meistern konnten, setzten Gertrud und ihre Freunde ihren Weg fort, tiefer in die Mysterien des Kristallberges und näher zu dem Geheimnis, das ihr Schicksal für immer verändern würde. Nachdem Gertrud und ihre Freunde die Prüfungen des Bergwächters überstanden hatten, führte ihr Pfad sie in eine Höhle, bekannt als die Höhle der Spiegel. Hier, tief im Herzen des Kristallberges, wurden sie mit der größten Herausforderung konfrontiert, sich selbst. Die Höhle war anders als alles, was sie bisher gesehen hatten. Die Wände, Decke und sogar der Boden waren aus glattem, reflektierendem Kristall, der jedes Bild, jeden Klang und jede Bewegung widerhalte. Mit jedem Schritt wurden ihre eigenen Spiegelbilder vervielfacht, was eine unendliche Reihe von Reflexionen schuf. Die wahre Prüfung begann, als diese Spiegel anfingen, mehr als nur ihre physischen Erscheinungen zu reflektieren. Die Kristalle offenbarten die tiefsten Gedanken, Ängste und Hoffnungen jedes Einzelnen. Sie wurden konfrontiert mit Momenten der Vergangenheit, Entscheidungen und Zweifeln, die sie geprägt hatten. Für Gertrud war es eine Reise durch ihre eigene Führung, die Momente des Zweifels, die Last der Verantwortung, aber auch die Liebe und das Vertrauen, das ihre Freunde in sie setzten. Max sah sich mit seiner Angst vor dem Scheitern und dem Druck konfrontiert, immer die Antworten wissen zu müssen. Elisa musste ihre eigenen Unsicherheiten angesichts der Weisheit, die von ihr erwartet wurde, erkennen und akzeptieren. Und Felix begegnete seinen tiefsten Ängsten, seinen Unsicherheiten und lernte, seine wahre innere Stärke zu erkennen. Diese Prüfung forderte von ihnen nicht, Rätsel zu lösen oder physische Hindernisse zu überwinden, sondern sich ihren eigenen inneren Kämpfen zu stellen und diese zu akzeptieren. Es war eine Reise der Selbstakzeptanz und des Verständnisses, dass ihre Schwächen genauso ein Teil von ihnen waren wie ihre Stärken. Mit Tränen, Lachen und Momenten stiller Erkenntnis fanden sie jeweils ihren Weg durch die Höhle der Spiegel. Am Ende standen sie wieder beieinander, nicht mehr nur als Freunde, sondern als Familie, verbunden durch die tiefen, persönlichen Kämpfe, die sie gemeinsam überwunden hatten. Als sie die Höhle verließen, fühlten sie sich erneuert, als wären Lasten von ihren Schultern genommen worden. Die Reise durch die Höhle der Spiegel hatte sie nicht nur näher zueinander gebracht, sondern ihnen auch eine neue Perspektive auf das Leben und ihre Beziehungen zueinander gegeben. Mit neuer Kraft und einem tieferen Verständnis füreinander setzten Gertrud und ihre Freunde ihre Reise fort. Sie wussten jetzt, dass die größten Herausforderungen oft im Inneren liegen und dass die wahrhaftigsten Siege diejenigen sind, die man über sich selbst erringt. Nachdem sie die Prüfungen des Bergwächters überwunden hatten, führte der Pfad Gertrud und ihre Freunde in eine Region des Kristallberges, die wie eine andere Welt schien. Sie betraten ein riesiges, natürliches Labyrinth, dessen Wände aus purem, schimmerndem Kristall bestanden. Das Licht, gebrochen durch die facettenreichen Oberflächen, tanzte in allen Farben des Regenbogens um sie herum. Das Labyrinth war nicht wie jedes andere, die Pfade änderten sich, geleitet von einem unbekannten Rhythmus, und die Luft war erfüllt von einer leisen, aber eindringlichen Melodie, die an das Lied der Natur erinnerte, das sie früher im Wald gehört hatten. Dieses Labyrinth, bekannt als das Labyrinth des Lichts, stellte eine neue Art von Prüfung dar, eine Prüfung der Wahrnehmung und der inneren Ruhe. Gertrud und ihre Freunde mussten nicht nur den richtigen Weg finden, sondern auch die Geheimnisse des Lichts selbst verstehen lernen. Jeder Strahl, jeder Schimmer hatte Bedeutung und wies ihnen den Weg, aber nur, wenn sie lernten, hinzusehen und zu interpretieren. Sie gingen langsam voran, sorgfältig jeden Schritt und jede Entscheidung abwägend. Max nutzte sein Verständnis von Mustern, um die Richtungen des Lichts zu deuten. Elisa, die an die feinen Schwingungen der Natur gewöhnt war, half, die Melodie zu verstehen, die das Labyrinth durchdrang. Felix, mit seinem unbeugsamen Mut, führte sie durch die beängstigendsten Teile des Labyrinths, während Gertrud, die alle miteinander verbannt, sie mit ruhiger Zuversicht und einem tiefen Gefühl für die richtige Richtung leitete. Mit jedem Schritt, den sie machten, lernten sie mehr über sich selbst und die Bande, die sie vereinte. Sie erkannten, dass das Labyrinth nicht nur ein physisches Hindernis war, sondern auch eine Reise in ihr Innerstes, eine Herausforderung, ihre tiefsten Ängste und Hoffnungen zu konfrontieren. Nach zahlreichen Wendungen, Sackgassen und Neuanfängen erreichten sie schließlich das Herz des Labyrinths. Dort fanden sie nicht nur den Ausgang, sondern auch eine tiefere Wahrheit über das Licht selbst, es war nicht nur ein physisches Phänomen, sondern ein Symbol der Weisheit, der Wahrheit und der inneren Klarheit. Mit dieser Erkenntnis fanden sie den Weg aus dem Labyrinth des Lichts und traten hinaus in eine Welt, die heller, klarer und voller Möglichkeiten schien. Sie hatten gelernt, über die Oberfläche der Dinge zu blicken und die tieferen Bedeutungen zu erkennen, die das Universum verbanden. Dieses Kapitel ihres Abenteuers ließ sie erkennen, dass jeder Schritt, jede Entscheidung sie näher zu ihrem wahren Selbst führte, und dass, egal wie verworren oder unklar der Weg scheinen mochte, es immer einen Weg gab, einen Weg des Lichts, der Weisheit und der Hoffnung. Nachdem sie das Labyrinth des Lichts hinter sich gelassen hatten, traten Gertrud und ihre Freunde in eine weite, offene Kammer ein, die das Herz des Kristallberges zu sein schien. Diese Kammer glänzte und funkelte unter unzähligen Kristallen, die von der Decke hingen und sich über die Wände erstreckten, als würden die Sterne selbst in diesem heiligen Raum ruhen. Die Kammer war von einer tiefen Ruhe erfüllt, einer Stille, die mehr sagte als Worte es je könnten. In der Mitte des Raumes stand ein gigantischer Kristall, dessen Facetten in einem hypnotisierenden Tanz von Licht und Farbe schimmerten. Dies war das Herz des Kristalls, der Ursprung aller Legenden und Geheimnisse, die den Berg umgaben. Als sie näher traten, spürten sie eine Welle von Energie, die von dem Kristall ausging, eine Kraft, die gleichzeitig fremd und vertraut war. Sie verstanden, dass dies der Moment der Wahrheit war, der Punkt, an dem sie nicht nur die Geheimnisse des Berges, sondern auch die ihrer eigenen Herzen offenbaren würden. Einer nach dem anderen traten sie vor den Kristall und enthüllten ihre wahren Selbst, ihre Hoffnungen, Ängste und Träume. Mit jeder Offenbarung wurde der Kristall heller, sein Leuchten ein Spiegel der Wahrheit und Reinheit ihrer Herzen. Gertrud, als Letzte, stand vor dem Kristall, ihr Herz offen und frei von Zweifeln. Sie dachte an die Reise, die sie unternommen hatten, an die Freundschaften, die sie geschmiedet hatten, und an die Lektionen, die sie gelernt hatten. Als sie ihre Geschichte mit dem Kristall teilte, fühlte sie eine tiefe Verbindung, nicht nur mit dem Berg, sondern mit der gesamten Natur und ihren Freunden. Der Kristall erstrahlte in einem blendenden Licht, dass die Kammer in einer Aura von Frieden und Harmonie tauchte. In diesem Moment der Einheit wurden sie mit Einsichten und Weisheiten belohnt, die älter waren als die Zeit selbst. Sie verstanden, dass ihre Reise nicht nur eine Suche nach dem Kristallberg war, sondern eine Reise in ihr eigenes Inneres, eine Entdeckung dessen, was es wirklich bedeutet, mutig, weise und wahrhaftig zu sein. Mit neuen Erkenntnissen und einem erneuerten Gefühl des Zwecks verließen sie das Herz des Kristalls. Sie waren nicht mehr dieselben wie zu Beginn ihrer Reise, sie waren gewachsen, hatten sich verändert und waren doch in ihrem Kern war geblieben. Als sie den Rückweg antraten, wussten sie, dass das Ende ihrer Reise nur der Anfang eines neuen Kapitels war. Ein Kapitel, das sie mit offenen Herzen und einem tiefen Verständnis für die Welt und ihre Platz darin schreiben würden. Nach ihrer tiefgründigen Begegnung im Herzen des Kristallberges begannen Gertrud und ihre Freunde den Rückweg zu ihrem Heimatdorf. Mit jedem Schritt, der sie von dem Berg wegführte, fühlten sie, wie die Last der Ungewissheit, die sie einst getragen hatten, sich in ein Gefühl von Klarheit und Zweck verwandelte. Das Wissen und die Einsichten, die sie gewonnen hatten, waren weit mehr als nur Antworten auf alte Legenden. Sie hatten gelernt, sich selbst und einander auf einer Ebene zu verstehen, die sie nie für möglich gehalten hätten. Sie waren durch die Prüfungen des Lebens gegangen, hatten ihre Ängste konfrontiert und hatten daraus gestärkt und vereint hervorgegangen. Als sie ihr Dorf erreichten, wurden sie von den Dorfbewohnern mit offenen Armen empfangen. Ihre Reise war zur Legende geworden, und alle waren begierig, die Geschichten ihrer Abenteuer zu hören. Doch Gertrud und ihre Freunde hatten mehr mitgebracht als nur Geschichten, sie hatten eine neue Perspektive auf das Leben und ihre Gemeinschaft mitgebracht. In den folgenden Tagen und Wochen teilten sie ihr neues Wissen und ihre Erfahrungen mit den Dorfbewohnern. Sie lehrten sie die Lektionen des Kristallberges über Mut, Freundschaft und die Wichtigkeit, über den eigenen Schatten zu springen. Sie halfen, die Bindungen innerhalb der Gemeinschaft zu stärken und inspirierten andere, ihre eigenen Ängste und Träume zu erkunden. Gertrud, die einst eine einfache Igeldame war, war nun eine Führerin und Lehrerin, verehrt und respektiert von allen, die sie kannte. Max, Elisa und Felix fanden ebenfalls ihren Platz in der Gemeinschaft, indem sie ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Einsichten einbrachten. Die Reise zum Kristallberg hatte ihnen gezeigt, dass das größte Abenteuer nicht die Suche nach verborgenen Schätzen war, sondern die Entdeckung der eigenen inneren Stärke und Weisheit. Sie hatten gelernt, dass jede Herausforderung, jede Prüfung und jedes Rätsel eine Gelegenheit war, zu wachsen und sich zu entwickeln. Während die Jahreszeiten wechselten und das Leben im Dorf weiterging, blieben die Erinnerungen an ihre Reise und die Lektionen, die sie gelernt hatten, lebendig in ihren Herzen. Sie hatten verstanden, dass jedes Ende nur ein neuer Anfang ist und dass das wahre Abenteuer, das Leben selbst, immer vor ihnen lag. So endet die Geschichte von Gertrud und ihren Freunden, nicht mit einem Abschluss, sondern mit einem Horizont voller Möglichkeiten. Sie hatten nicht nur einen Schatz gefunden, sondern auch die wahre Bedeutung von Mut, Freundschaft und Gemeinschaft entdeckt, eine Botschaft, die sie für den Rest ihres Lebens tragen würden. Vielen Dank. Vielen Dank.